Das ist ein Kreuz, sag ich euch. Heut kann man's keinem mehr recht machen. Nehmen wir's bloß einmal Delphi, meine Frau, wissen Sie. Sie sagt, ich war zu tief, ich darf zu viel fressen, zu viel saufen und darf bloß daheim rumhocken. Stimmt alles überhaupt nicht. Ich bin prima in der Gemeinde integriert, verstehen Sie? Ich bin bei den Gebirgsschützen in Audorf drüben, außerdem bei der Wilderer Brotschaft. Alles Palette. Aber jetzt meint ihr's nicht, dass wir bloß rumhocken und da gsarren, na. Wir sorgen für Recht und Ordnung bei uns daheim. Egal, ob das jetzt Raub ist, Vandalismus, Mord oder... Trunkenheilungsteuer, das ist meine Spezialität. Wir lösen unsere Fälle nach der urbayerischen Art und Weise. Hart aber... Hinterfahrzeug. Genau, hinterfahrzeug. Uns ist noch keiner rausgekommen. Wir haben noch jeden erwischt. Und wenn ihr das lesen mögt, da drin steht alles. Toter Winkel heißt das Bierl. Und das nächste kommt auch bald. Jawohl. Tschüss. Prost.